Ob Kartoffelmotte oder Andenrüssler, wo sie auftauchen, steht die Kartoffelernte auf dem Spiel. Insgesamt 20 Kartoffelschädlinge zählt man weltweit. In Peru am Internationalen Kartoffelforschungszentrum in Lima sorgen rund 200 Wissenschaftler aus aller Welt für Fortschritte in der Welternährung. Der Biologe Jürgen Kroschel hat Schädlingen den Kampf angesagt. Er will sie mit intelligenten Lösungen aus der Natur besiegen und dabei gleich tonnenweise Insektizide einsparen. Die Bauern verwenden hier für diesen Schädlingen Insektizide, wofür sie drei bis vier Mal pro Anbausaison spritzen. Und hierfür, speziell für diese Andenrüssler, versuchen wir seit etlichen Jahren Alternativen zu entwickeln und sind hier auch schon einen guten Schritt vorangekommen. Sodass wir mit unseren Verfahren sagen können, dass die Bauern Alternativen zur Verfügung gestellt bekommen könnten, mit denen das möglich ist, ohne Insektizide auch den Andenrüssler zu kontrollieren. Der Andenrüssler zum Beispiel hat eine entscheidende Schwäche. Der Käfer kann nicht fliegen. Das ist der Schlüssel zu einer genialen Lösung. Simple Barrieren, die jeder Bauer schnell und preiswert um den Acker aufstellen kann. Und schon hat der Eindringling keine Chance mehr. Erste Freilandtests der Wissenschaftler sind vielversprechend. Ein weiterer Plagegeist ist die Kartoffelmotte. Von den Anden ist sie längst auf dem Weg nach Europa. Schon jetzt treibt die Wärme liebende Motte in Italien ihr Unwesen. Ist die Kartoffel erst einmal befallen, drohen Ernteausfälle von bis zu 70 Prozent. Mit einem weiteren Trick aus der Natur überlistet Jürgen Kroschel auch die Motten. Künstlich hergestellte Sexuallokstoffe, die mit einem Insektizid kombiniert zur Todesfalle werden. Nebenan die herkömmlichen Pestizidfallen. Auch hier verenden die Motten reihenweise. Doch die Sexfalle ist eine vielversprechende Alternative. Für uns ist es ein großer Erfolg, keine Frage. Die Entwicklung per se, diese Kombination eines Insektizid und eines Lockstoffes, eines Sexuallokstoffes, kommt aus Deutschland. Die wir jetzt versucht haben hier anzuwenden. Und es hat erfolgreich geklappt. Und wir sind natürlich happy darüber, dass wir das jetzt nun hier in unser Sortiment der Möglichkeiten einer alternativen Kontrolle nun mit aufnehmen können. Und auch in Tropen weiter verbreiten können. In den Anden gehören Ernteausfälle durch Schädlinge seit Generationen zum Alltag. Doch jetzt bricht eine neue Zeit herein. Die Ära des Klimawandels. In 4000 Meter Höhe macht sich jedes Grad bemerkbar. Die knappen Niederschläge verdunsten schneller. Die Böden werden unfruchtbar. Was könnte Bauern in solchen Extremregionen helfen? Im Gewächshaus simulieren Forscher die klimatische Zukunft und ihre Folgen für den Kartoffelanbau. Steigt die Temperatur in subtropischen Gebieten nur um ein, zwei Grad, dann wäre alle Mühe der Bauern dort umsonst. Genau das gilt es zu verhindern. In der Klimakammer studieren die Wissenschaftler die Leidensfähigkeit der Kartoffel. Wir bauen hier verschiedene Kartoffelsorten an, die wir schon vorselektioniert haben. Das heißt, Kartoffelsorten, die resistent gegen Trockenstress sind, Kartoffelsorten, die empfindlich gegenüber Trockenstress sind, führen an diesen Pflanzen während ihrer Wachstumsperiode Messungen durch und versuchen herauszufinden, was macht eine Pflanze resistent gegen Trockenstress. Ist der Boden sehr trocken, bilden Kartoffelpflanzen kleinere oder gar keine Knollen. Denn die bestehen zum größten Teil aus Wasser. In Zeiten, wo die Kartoffel immer wichtiger wird, wo die Nachfrage für Kartoffel weltweit steigt, tendieren wir dazu, die Kartoffel auch dort zu verbreiten, wo sie nicht ideal angepasst ist. Zum Beispiel wird die Kartoffel in Asien zwischen zwei Reisernten eingezwängt und muss dort mit sehr wenig Wasser auskommen, weil sie dort im Winter angebaut wird, wo die Niederschläge sehr niedrig sind. Also versuchen wir Kartoffelsorten zu züchten, die möglichst wenig Wasser brauchen und trotzdem einen guten Ertrag bringen. Die Forscher nutzen ungewöhnliche Methoden, um den Erfolg oder Misserfolg ihrer Testpflanzen zu beurteilen. Sie setzen unter anderem Modellflugzeuge ein, um die Felder aus der Luft zu fotografieren. Anhand der Fotos können die Wissenschaftler beurteilen, welche ihrer Testpflanzen unter Wasserstressbedingungen den stärksten Wuchs haben und sich zur Weiterzucht lohnen. So erhoffen sie sich, Sorten zu finden, die sich für die klimatischen Bedingungen der jeweiligen Kontinente eignen. Denn das Anpassungspotenzial der Kartoffel ist enorm und deshalb kann die Kartoffel eine noch größere Bedeutung für die Welternährung erlangen. Allgemeine Vielen Dank.